Schützi ist perfekt. Es ist ein wunderbarer Ort mit einer super Technik. Ich war begeistert. Ich bin eigentlich vom Einspielen mit dem Cello gar nicht mehr losgekommen, weil die Betreuung auch, die technische Betreuung und auch die menschliche Betreuung. Also das ist ein Niveau, was ich sehr schätze und was ich nicht immer erlebe.